Sind Sie eigentlich immer so witzig? Nein, nie, Marianne. Ma! Oma! Ich hätte gar kein totes Hütchen bestellt. Hallo, Oma! Hallo, Gast! Oma, ich würde gerne dinieren. Dinieren sind alle. Tut mir leid. Oma, haben Sie eigentlich Froschschenkel? Natürlich. Sieht man doch. Dann hüpfen Sie mal in die Küche und bringen uns Eisbein mit Sauerkraut. Sauerkraut geht. Das Eisbein ist zum Abtauen im Krankenhaus. Und das Sauerkraut geht trotzdem noch. Was darf ich Ihnen bringen? Dann hätte ich gerne das, was der Herr da drüben ist. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen das jetzt noch wegnehmen kann. Ma! Gut, dann möchte ich gerne zahlen. Ja. Ja. 7, 8, 9, 12, 1038, 50. Ma! Hans-Horst. Ich gehe. Ich glaube, mit uns beiden wird das nichts. Sie, Mitte 30, mit Sinn für Humor, sucht ihn für ein nettes Leben zu zweit. Das war wohl nichts. Niemals, war die Mitte 30. Besonders. Ma! Ah! Ah 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 ah! 으